Herzlich willkommen zu 90minTV, heute mit einem weiteren Interview. Wir haben die Möglichkeit, mit Jill Bayings zu sprechen. Jill ist Spielerin bei Bayer Leverkusen in der Frauen-Bundesliga. Hi Jill, schön, dass du da bist. Danke. Wir wollen heute einerseits über eure aktuelle Saison sprechen. Wir wollen aber natürlich auch mehr über dich erfahren und über deine Karriere. Am Ende werden wir auch kurz einen Blick werfen auf die Weltmeisterschaft im Sommer in Australien und in Neuseeland. Du bist auch Nationalspielerin für die Niederlande. Und ich habe mir noch ein paar kurze, fiese Fragen überlegt. Bin ich mal gespannt, was du da antwortest. Okay. Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde sagen, wir fangen an am vergangenen Wochenende. Ihr habt zu Hause gespielt gegen den SC Freiburg. Es war so ein Spiel zwischen zwei direkten Konkurrenten. Vor dem Spiel war Freiburg mit 22 Punkten vor euch. Einen Platz vor euch sind Fünfter oder waren Fünfter. Ihr wart Sechster. Wir bei Nantimin haben auf 2 zu 1 für Freiburg getippt. Ich weiß nicht, wer bei uns die Tipps macht. Was habe ich auch gesehen? Katastrophe, oder? Ja. Jedenfalls ging das Spiel eben nicht 2 zu 1 aus für Freiburg, sondern 2 zu 0 für euch. Und du hast, glaube ich, zwei Tore geschossen, oder? Ja, es war ein gutes Spiel von unserer Seite. Und ja, wir wussten alle, wenn wir heute auf Sonntag gewinnen, dann stehen wir gleich in Punkten mit Freiburg. So, es war auch ein wichtiges Spiel. Und ich glaube, wir haben als Mannschaft richtig gekämpft und alles gegeben. Und ja, wir sind gut angefangen. Und dass ich dann zwei Tore kann schießen, ist, ja, für mich, ich hatte lange kein Tor mehr gemacht. So, war auch wichtig, um wieder ein Tor zu schießen und dass wir dann 2-0 gewinnen. Ja, war echt auch als Team so, ja, echt ein Sieg für die ganze Mannschaft, so, fand ich. Mir ist aufgefallen, gut, dein erstes Tor war ja fast einfach. Da musstest du nur noch an der Torlterin vorbeischießen beim zweiten Tor. Das war so ein bisschen wie dein Tor gegen Köln im Derby am zweiten Spieltag, oder? Ja, stimmt. Ich habe mich weggedreht von meinem Gegner und dann dachte ich, ja, ich bin in Sächsiener und ich weiß, ich habe einen guten Schuss. So, ich dachte, wieso versuche ich es nicht nochmal? Und dass es dann so reingeht, ja, dann, da traumst du eigentlich von. Und dass es dann wieder passiert, ja. Ja, das hatte ich auch nicht erwartet. Ich würde dich, Tori, wirklich gerne einspielen und wir können es wegen den Bildrechten nicht machen, aber wir packen unter dieses Video dann den Link zu deinem Tor. Nicht nur zu dem Tor, sondern auch zu den anderen Toren. Du hast ja schon am ersten Spieltag gegen Duisburg ein sehr schönes Tor geschossen. Für mich war es ein Albtraumtor, weil ich Duisburg-Fan bin, aber das ist ein anderes Thema. Dann dieses sehr schöne Tor gegen Köln und jetzt wieder gegen Freiburg. Trainierst du diese Schüsse oder ist das einfach Zufall, Glück und Talent? Ich habe schon individuelle Training auch und dann trainieren wir auch, wie ich wegdrehe von meinen Gegner. Du hast gegen Köln und jetzt auch gesehen, dass ich dann in die Ecke bin und dass ich dann wegdrehe. Und manchmal nach dem Training übe ich auch so Freistusse und so, dass ich mit Spin so kann schießen. Aber manchmal, ich will nicht sagen, dass es Glück ist, weil es jetzt so zweimal passiert ist. Aber ich weiß, ich habe auch einen guten Schuss. Aber ich glaube, auch wenn ich übe nach dem Training so mit Spin rein, in die weite Ecke rein. glaube ich auch, dass ich mich dann im Spiel so traue, das zu machen. Ich blende jetzt gleich mal die Tabelle ein, die aktuelle. Hier, wir sehen, ihr seid jetzt immer noch Sechster, habt aber jetzt genauso viele Punkte wie Freiburg. Wie fällt denn bisher euer Saisonfazit aus? Seid ihr mit diesem sechsten Platz zufrieden? Ich glaube, wir hatten uns schon etwas höher erwartet, so, ich glaube, Platz von Freiburg oder Frankfurt. Und ich glaube, wir haben viele Spiele gut gespielt und die Spiele, die wir gewinnen mussten, haben wir auch gewonnen. Aber auch manche, zum Beispiel gegen Köln oder gegen Meppe, dass wir eins verloren haben, bei einem Unentschieden, da haben wir schon gerechnet mit drei Punkten. Und auch gegen Bremen haben wir verloren. Das sind schon Spiele, die wir mehr von erwartet hatten. Und ich glaube, wenn wir die auch gewonnen hatten, dann stehen wir auch höher in die Tabelle. Aber ja, jetzt müssen wir den Fokus haben, dass wir Vierter, Fünfter werden und dass wir am Wochenende Essen schlagen und ja, dass wir dann auch nach oben schauen können. Wo sind denn eure Stärken und eure Schwächen? Ich glaube, dass wir richtig gut sind, so schnelles Umschaltspiel. Wir haben auch echt eine Mannschaft, die ja, ich finde, wir spielen echt geiles Fußball. Wir haben gute Kombinationen und ja, von Schwächen will ich eigentlich nicht so reden. Ich finde nicht, wir haben richtig Schwäche oder so. Aber ich glaube, wenn wir mal hinterlegen oder 1-0 hinterlegen, ist es schwer für uns, ein Spiel zu drehen. Ich kann mich erinnern, vor eurem Derby gegen Köln, das war am zweiten Spieltag, also ist schon ein bisschen länger her, hat Thomas Eichin, der Abteilungsleiter für Frauenfußball bei euch, hat gesagt, dass so das Ziel von Bayer jetzt nicht unbedingt in dieser Saison, aber mal so in der nächsten und übernächsten Saison die Champions-League-Teilnahme ist. Ich muss ehrlich sagen, ich dachte, da ist er sehr optimistisch, weil wenn ich mir euren Kader angucke und den jetzt vergleiche mit dem Kader von Bayern, Wolfsburg, Freiburg, Bayern, Wolfsburg, Frankfurt und Hoffenheim, da finde ich diese vier Kader schon deutlich besser. Oder liege ich da falsch? Ja, ich glaube, die haben auch Qualitäten, aber ich glaube, wir als Mannschaft haben auch die Qualitäten, um, was ich sage, wenn wir die anderen Spiele vielleicht gewonnen hatten, dass wir dann auch höher stehen in die Tabellen. Und ich glaube, wenn wir, sind jetzt auch viele neue Spielerinnen bei Leverkusen und ich glaube, wenn wir noch besser eingespielt sind und nächstes Jahr kommen vielleicht auch wieder neue Spielerinnen, die bei uns die Chance haben, umzuspielen und vielleicht bei guten Vereinen auf der Bank sind und bei uns spielen können, ich glaube, dass wir dann schon eine gute Mannschaft sein und dass wir schon gegen die oberen Mannschaften, dass wir uns damit vergleichen können. Ich glaube, die Fans, also nicht nur die Bayern-Fans, sondern auch die neutralen Fans hätten nichts dagegen, wenn da mal diese vier Top-Mannschaften in der Liga, die ja immer oben stehen die letzten Jahre, wenn es da mal eine Mannschaft schafft, diese Dominanz zu brechen. Ich bin gespannt. Mich würde interessieren, wie du deine eigenen Leistungen in der Saison einschätzt. Du hast bisher alle Spiele gemacht, auch von Anfang an, 16 Spiele sind rum, hast jetzt fünf Tore und vier Vorlagen. Bist du damit zufrieden? Ja, ich bin richtig gut angefangen in der Liga. Drei Spiele, drei Tore. Danach habe ich kein Tor mehr geschossen. Eigentlich war ich dann nicht mehr zufrieden, weil ich wollte schon noch mehr Tore machen. Und dass ich dann am Wochenende wieder zwei Tore mache, hat mich schon gefreundet. Aber ich glaube, ich konnte in der Hinrunde noch mehr Tore machen und die Chance auch nutzen. Und ich hoffe, diese Rückrunde sind wir jetzt gut gestartet. Und ich hoffe auch, dass ich dann wichtig kann sein für die Mannschaft. Und ich habe die Hinrunde dann drei Tore gemacht. Und ich hoffe, dass ich die Rückrunde mehr Tore kann machen. Und viel Vorlage, das finde ich auch gar nicht von mir erwarten, dass es auch mehr kann sein. Ich habe in Vorbereitung auf dieses Interview herausgehört, dass du vorher bei der SGS Essen gespielt hast. Ihr wart eher im Abstiegskampf. Einer der Gründe, warum du zu Bayern gewechselt bist, war, du wolltest mehr Aktionen am Ball haben. Bei Essen war ihr sehr defensiv. Du hast vor allem Defensivaktionen gehabt. Du hast jetzt nicht so oft den Ball gehabt. Ihr habt insgesamt wenig Ballbesitz gehabt. Bei Bayern sollte sich das ändern. Ist das bisher so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast? Ja, stehen bei Essen haben wir immer verteidigt und so auf die Counter gespielt. Und jetzt bei Leverkusen, ich habe die Mannschaft auch gesehen, wenn ich gegen Leverkusen gespielt habe. Und ja, das hat mir so gefallen, wie die Fußballspieler. Die haben Kombinationen im Spiel. Die waren oft am Ball, fest auch am Ball. Und das hat mich gefallen. Und ja, ich glaube auch, jetzt komme ich mehr in Sechsener rein. Ich kann mehr schießen. Ich habe mehr Aktionen am Ball. Wir spielen von hinten bis vorne. Haben wir Kombinationen. So, ja, ich bin richtig zufrieden, dass ich jetzt so mehr auch offensive Aktionen habe und nicht nur verteidigen und dann von da rauskomme. So, ich glaube, ja, es hat mir richtig, wie ich gedacht habe, ist es auch so, hat es auch so geklappt. Das ist gut. Du hast, ich habe dich gerade schon gefragt, was die Schwächen und Stärken von eurer Mannschaft insgesamt sind. Was sind denn deine eigenen Stärken und Schwächen? Ich glaube, meine Stärken sind so, ja, dass ich einen guten Schuss habe, dass ich immer nach vorne will und dass ich auch die Balle in die Tiefe kann geben und dass ich in die kleinen Raume mich gut aufdrehen kann. Und ich glaube, ich muss schneller umschalten, wenn wir den Ball verlieren, dass ich auch mal gleich wieder Druck mache. Und das höre ich auch. Und ja, mein linke Fuß ist richtig gut, aber ich muss auch versuchen, mehr mit rechts zu schießen, dass ich vielleicht auch mal mit rechts ein Tor mache. Ja, aber schaffst du das noch in der Saison? In Freundschaft vieles schon, aber ich hoffe, diese Person in dieser Rückrunde, dass ich auch noch mal mit rechts ein mache. Mal sehen. Ich würde jetzt noch eine Frage zur aktuellen Saison stellen und dann gucken wir uns ein bisschen deine bisherige Karriere an. Wir haben schon gesagt, du bist im Sommer von der SGS Essen zu Leverkusen gewechselt. Leverkusen hat in der Saison auch einen neuen Trainer bekommen, also vor der Saison mit Robert De Pau. Der ist wie du Niederländer. Wusstest du das damals schon, als du unterschrieben hast in Leverkusen, dass Robert De Pau neuer Trainer wird oder waren diese zwei Dinge unabhängig voneinander? Ja, es war eigentlich unabhängig, weil ich habe richtig spät entschieden, dass ich nach Leverkusen wechsle. Weil ich wüsste es echt noch nicht im Sommer und dann bin ich in Urlaub gegangen und danach wüsste ich eigentlich immer noch nicht, okay, wo gehe ich hin und welche Vereine will ich echt hin, weil ich würde schon in die Bundesliga bleiben. Aber ich wüsste echt noch nicht, okay, da oder da will ich hin. Und ich hatte auch mehrere Optionen. So, das war dann schwer. Und dann habe ich erst mal mit Achim und Thomas gesprochen und ja, das hat richtig gut angeführt. Und dann habe ich mich entschieden vor Leverkusen. So, es war eigentlich ein bisschen unabhängig. Vielleicht für die Zuschauer müssen wir kurz erklären, mit Achim meinst du Achim Pfeifel, der vorher Elftrainer war bei Leverkusen, jetzt sportlicher Leiter. Und Thomas ist Thomas Achim, Abteilungsleiter für Jugend und Frauenfußball bei euch. Du hast gerade gesagt, es waren noch mehrere Bundesligisten an dir dran. Welche waren es denn? Wer sind denn bei uns, Jill übrigens? Nein, ja, das waren noch mehrere, aber ich habe mich da nicht entschieden. Und jetzt bin ich zufrieden bei Leverkusen. Ja, das ist kein Thema mehr. Okay, gut. Dann gucken wir uns mal deine bisherige Karriere an. Wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du geboren und hast angefangen, Fußball zu spielen in einem kleinen niederländischen Dorf in der Nähe von Breda. Das heißt Terheide. Ist das soweit richtig? Ja, stimmt. Und dann, glaube ich, bist du... Dein erster Wechsel war dann, glaube ich, zu dem Nachbardorf, zu Rivalen quasi. Ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, wie das heißt, aber ich kann es nicht aussprechen. Oder ich kann es vielleicht... Du kannst es versuchen. Bitte? Du kannst es versuchen auszusehen. Ich versuche es mal. Mardese Boys? Ja, Mardese Boys. Mardese Boys, okay. Und dann, das, glaube ich, ist jetzt wirklich entscheidend, dann bist du mit 15 Jahren an einem Sportcampus gewechselt zur CTO Eindhoven und hast dort dann eben auch gelebt, am Campus gelebt, hast nicht nur Fußball gespielt, sondern bist auch dort zur Schule gegangen. Und von dort bist du dann weiter zum SC Herrenwehen. Aber das würde ich sagen, besprechen wir jetzt gleich. Mich würde interessieren, wie war das auf diesem Sportcampus? Vielleicht für die Zuschauer noch dazu. Ich glaube, Eindhoven ist ungefähr von deinem Heimatdorf so 60 Kilometer entfernt, oder? Ja, stimmt. Aber ich hatte dann noch keinen Führerschein. So, um jeden Tag so hin und her zu fahren, war schon viel, weil wir hatten viele Trainings. Ich bin da in die Schule gegangen. So, dann haben wir eigentlich mit der ganzen Mannschaft oder die Van Bait-Kamer haben wir da gewohnt. Auch mit anderen, so Tennisspielerinnen, Wasserball. So, wir haben echt mit vielen da gewohnt und dann hat einer immer für uns gekocht. Wir mussten selber waschen und unser Zimmer war auch richtig klein. Ich kann es nicht glauben, wenn ich jetzt so zurückschaue, wie klein das war. Es war nur ein Bett, ein Büro und ja, das war. Und wir mussten Toiletten und Duschen, mussten wir so teilen miteinander. Aber ja, da habe ich eine richtig gute Zeit gehabt und ich habe mich da richtig gut weiterentwickelt. Wir haben jeden Tag trainiert. Wir haben dann auch, in der Liga haben wir gegen Jungs gespielt. So, das war für uns auch richtig schwer als Mädchen, weil wenn du immer bei den Jungs gespielt hast, dann war immer, okay, die macht das für mich. Aber jetzt bist du mit nur Mädchen in einer Mannschaft und du spielst gegen Jungs. So, das ist schon schwer, aber das hat mich echt weitergebracht auch. Und ja, so, wenn ich zurückschaue, das war für mich eine gute Entscheidung, dass ich da hingegangen bin. War das für dich dann, als du dieses Angebot bekommen hast, dort hinzugehen, sofort klar, das willst du machen? Oder hast du da mit deiner Familie zusammen länger überlegt, ob das eine gute Idee ist? Ja, ich habe länger überlegt, weil es hat auch Spaß gemacht, so bei meiner alten Mannschaft, bei Marcel Beuys und bei den Jungs gespielt und da habe ich richtig viel gelernt. Und dann war es ein bisschen, okay, gehst du weiter nach, das heißt dann B-Junioren oder ich gehe nach CTO Eindhoven und ich glaube, für mich war es besser, um nach CTO Eindhoven zu gehen, weil wenn ich noch weiter bei den Jungs spiele, dann werden die auch so größer, die wachsen auch und dann ist es nicht echt so, dass Fußball was, ich spielen will und das könnte ich da machen. So, dann haben wir darüber gesprochen, was besser für mich war und dann habe ich mich dafür entschieden. Du hast in unserem 90-Minute-Spieltag-Fragebogen gesagt, ich blende das kurz ein, Fußball ist mein Leben, ich kann mir ein Leben ohne Fußball nicht vorstellen, ich will alles dafür tun, um meine Ziele zu erreichen. Da steht alles andere hinten an. War das damals schon so, als du nach Eindhoven gewechselt bist, dass du damals wusstest, ich will Profifußballerin werden? Ja, ich habe mich auch davor entschieden, dass ich dann von zu Hause weggehe, dass ich da wohne, dass ich da in die Schule gehe. Das war für mich dann schon klar, okay, jetzt will ich auch alles rausholen und jede Chance, die kommt, will ich nutzen. Dann gehen wir weiter. Ich habe es schon angesprochen, du bist dann von Eindhoven zum SC Herr in Wien gewechselt. Da habe ich auch ein kleines Bild vorbereitet. Ja, hier. Wie alt warst du denn da? Ich habe drei Jahre in Eindhoven gespielt, aber ich glaube 18, 19, wenn ich nach Eindhoven gewechselt bin. Ich kam zurück von einem Kreisbandriss. So, für mich war auch wichtig, dass ich Minuten mache, auch in die Liga, in die Niederlandse Liga. Und Eindhoven hat mich die Chance gegeben, dass ich da viel kann spielen. Und das war für mich auch wichtig, weil ich würde wieder fit werden. Ich würde wieder jedes Spiel 90 spielen. Und Eindhoven hat mich die Option gegeben. Und für mich war das dann schon entschieden, okay, ich gehe da hin und ich will wieder fit werden. Ich spiele viel und ich kann mich zeigen in der Niederlandse Liga. Wie ist denn so das Niveau der niederländischen Liga im Vergleich zur deutschen Bundesliga? Ja, es wird jetzt immer besser, aber wenn ich von hier nach Eindhoven gewechselt bin, musste ich mich schon anpassen. Und es war schon schwerer, weil die Bundesliga ist einfach ein höheres Tempo, viele Zweitkämpfe und viele Nationalspielerinnen von verschiedenen Ländern. Es war schon anstrengend, aber ich glaube, das war die gute Entscheidung. Und letztes Jahr auch, ich würde nicht aus der Bundesliga, weil für mich ist das eine Top-Liga. Hier sehen wir deine Vertragsunterschrift bei SGS Essen. Dort bist du dann 2020 hingewechselt. Gab es damals auch noch andere Möglichkeiten für dich oder andere Ideen? Oder war für dich da damals dann auch klar, okay, SGS Essen fragt an, dann gehe ich da auf jeden Fall hin? Ja, es war eigentlich, ich habe dann das EM gespielt und dann haben wir gegen Deutschland in der Hauptfinale gespielt. und dann kam Essen, weil die haben das Spiel gesehen und ich dachte, ja, das war auch in Corona-Zeit dann. Und dann dachte ich, ja, das ist eine Chance, um in die Bundesliga zu spielen. Ich habe auch gesehen, bei Essen wechseln viele Spielerinnen nach großen Vereinen, von Wolfsburg nach Bayern. und dann dachte ich auch, das ist ein Verein, die viele junge Spielerinnen hat und die auch, ja, die Möglichkeit geben, um in die Bundesliga zu spielen. So, für mich war schon klar, die Chance will ich nehmen und ich kann mich da weiterentwickeln. Nach zwei Jahren, also 2020, vor dieser Saison, bist du dann zu Leverkusen. Das ist, glaube ich, ein Bild mit deinen Eltern, oder? Ja, absolut. Jetzt hast du in Leverkusen einen Vertrag bis 2024. Überlegst du dir dann auch, den nächsten Schritt zu machen, zu einem noch größeren Club zu wechseln? Oder ist das jetzt noch alles Zukunftsmusik und du musst erst mal die nächsten Wochen, Monate, das nächste Jahr abwarten? Ja, ich habe noch einen Vertrag und ich fühle mich hier richtig wohl und es ist jetzt noch, ich denke, ich muss unbedingt weg oder ich muss jetzt noch einen großen Verein, weil ich spiele hier viel, ich bin wichtig für die Mannschaft und dann denke ich, wieso muss ich nach einem größeren Verein? Da ist die Konkurrenz größer, weiß ich auch und da, ja, da hast du vielleicht, spürst du nicht jedes Spiel von Anfang an oder nicht jedes Spiel 90 Minuten und ich glaube, ich bin noch jung, so, die Zeit kommt noch, so, denke ich und jetzt fühle ich mich hier wohl und ich habe, ja, keinen Grund, um zu wechseln. Stichpunkt, bin noch jung, müssen wir vielleicht mal dazusagen, du bist erst 22, wissen vielleicht nicht mehr. Wie sind denn so die Bedingungen in Leverkusen? Trainiert ihr zusammen mit den Profis? Habt ihr eure eigenen Plätze? Wie sieht das aus? Ja, wir haben unsere eigenen Plätze, wir spielen dann unsere Spiele neben das Stadion und das ist richtig gut und wir haben Krafttraining im Stadion, so, eigentlich sind die Bedingungen richtig gut und, ja, wir können jeden Tag trainieren wie in, so um 10 und, dann kannst du auch noch individuell Training machen wenn du willst. Heute habe ich zum Beispiel hier in die Bayern Arena Kraft gemacht, so, es ist echt gut. Habt ihr, hast du auch, oder habt ihr insgesamt Kontakt auch zu den männlichen Profis oder ist das schon eher getrennt? Es ist eher getrennt, ich habe nicht, dass ich, ja, dass wir Kontakt haben oder so, aber wenn wir die sehen oder so, dann ist es hallo und wie geht's und so, aber nicht, dass wir echt Kontakt damit haben. Was ich in letzter Zeit öfter festgestellt habe, wenn ich mit Spielerinnen gesprochen habe, was die immer sagen, was man verbessern könnte, ist öfter im großen Stadion spielen. Also ihr spielt jetzt momentan im Ulrich-Haberland-Stadion neben der Bayern Arena, aber ihr könntet ja auch mal in der Bayern Arena spielen, oder? Ja, das will ich auch gerne, ich hoffe, dass es vielleicht nächstes Jahr oder vielleicht dieses Jahr, ich weiß nicht, ob das noch möglich ist, aber schon die größeren Spiele vielleicht in die Bayern Arena spielen können und das ist auch ein Traum von mir, dass wir dann auch nochmal mit unserer Mannschaft spielen dürfen. Was mich auch noch interessieren würde, ist, wenn wir über deine Karriere sprechen, sind zwei Sachen, einmal hattest du als Kind dann Brüder oder ältere Geschwister, zu denen du aufgeschaut hast, die dich mit zum Fußball genommen haben und die zweite Frage, hattest du damals schon irgendwelche Fußballer-Vorbilder? Ja, ich habe einen Bruder, er wohnt jetzt in Madrid, aber wir sind zusammen angefangen bei dieselben Verein und wir haben auch Tennis gespielt zusammen und da sind wir immer von Tennis nach Fußball gegangen und dann auf einmal musste ich mich entscheiden von okay, es wird jetzt Tennis oder Fußball und mein Vater war auch immer Trainer so bei der Jugend, so er hat mich immer mitgenommen und immer gesagt, das muss besser, das kann, das ist gut und so, so das hat mich auch geholfen und macht ihr das heute auch noch? Ja, manchmal schon, aber nicht zu oft, das brauche ich nicht. Okay, gut. Das war die zweite Frage. Die zweite Frage war, ob du bestimmte Fußballer oder Fußballerinnen damals als Vorbild hattest. Ja, wenn ich klein war, aber ich habe jetzt so, dass ich denke, Frankie de Jong finde ich so und früher auch so, wie er spielt, finde ich richtig geil und er ist so stark am Ball und er kann sich so gut und schnell wegdrehen vom Gegner und ja, da genieße ich einfach von, wenn ich das sehe und ja, das ist echt ein Vorbild. Du selber spielst ja bei Leverkusen meistens auf der 10er-Position, manchmal auf der 8er-Position. Sind das auch deine Lieblingspositionen, zentrales Mittelfeld, 8 und 10? Ja, ich spiele am liebsten so im Zentrum, wo ich viele Bälle so bekommen kann und ja, 10er, 8er gefällt mir schon gut, ja. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal deine Nationalmannschaftskarriere an. Meines Wissens hast du seit der U5, spielst du seit der U15 für die Niederlande. Ist das richtig? Ja, stimmt. 7a-Länderspiele bei der EM jetzt im vergangenen Sommer warst du leider nicht mit dabei, aber du bist jetzt wieder nominiert für die beiden Länderspiele gegen Deutschland und gegen Polen und es gibt ja in diesem Sommer noch ein anderes, nicht ganz unwichtiges Turnier, die WM in Australien und Neuseeland. Glaubst du, dass du da dabei bist? Ja, es ist schon, was ich sage bei uns, bei der Nationalmannschaft ist schon viel Konkurrenz im Mittelfeld, aber ja, ich mache es auch gut bei Leverkus und wenn ich da bin und die Chance so kriege, dann muss ich die auch nehmen und wenn ich Minute kriege, dann muss ich mich, ja, muss ich die Chance nehmen und mich zeigen, von ich kann auch da spielen im Mittelfeld und ja, es ist schon ein Traum, um mitzugehen, weil, was du sagst, letzte EM bin ich nicht mitgegangen, so, wenn ich mit darf, nach WM ist das mein erstes, großes Turnier und ja, ich will alles dafür machen, um mitzugehen und einfach weitermachen bei Leverkusen und wenn ich die Chance kriege, bei der Nationalmannschaft, Minuten zu machen, gegen Deutschland oder gegen Polen, dann muss ich mich auch zeigen und an den Trainer so, von, ich kann auch spielen und ja, ich will auch gerne mit, so, weißt du, so, es ist einfach, immer so die Chance, die du kriegst, musst du nehmen. Klar, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück. Habt ihr, welche, welche, welche Ziele oder wie schätzt du denn eure Chancen bei der WM dann ein? Es ist schon schwer, weil wir in die Gruppe sind von Amerika, die ersten zwei gehen weiter, so, ja, wenn wir Erste werden, dann ist es schon gut, dass du einen leichteren Gegner kriegst, aber wenn du Zweiter wirst, kannst du schon einen guten Gegner kriegen, aber ich glaube, unsere Chancen sind gut, wir haben eine gute Mannschaft, wir haben viele gute Spielerinnen und ja, auch junge Spielerinnen, aber ich glaube, als Mannschaft können wir echt wachsen und ich glaube, wir können richtig weit kommen in das Turnier. Viele gute Spielerinnen ist ein gutes Stichwort, du hast in unserem Fragebogen gesagt, dass eine oder die beste Spielerin mit der du momentan zusammenspielst, Viviane Miedema ist. Ja, sie ist leider verletzt, aber wenn ich neu kam in die Nationalmannschaft, wie sie sich aufgedreht hat, wie einfach sie Fußball spielt, wie einfach sie Tore macht, ja, da war ich echt so von, boah, das ist echt krass und das Niveau ist echt so hoch, dass ich echt dachte, ja, wie einfach sie einfach spielt und das hat mir so gefallen und ja, das ist echt, es ist leider, dass sie nicht, ja, dass sie verletzt ist, aber da kannst du echt viel von lernen. Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen, hilft dir das dann auch, selbst wenn du bei der Nationalmannschaft nur, in Anführungszeichen, im Kader stehst, aber dann eben im Training dabei bist, hilft dir das trotzdem, dich zu verbessern, mit so vielen sehr guten Spielerinnen zu trainieren? Ja, das Niveau ist richtig hoch und du musst, jede Training musst du Gas geben und wenn du einmal nicht schaust oder wo ist mein Gegner, dann hast du gleich Druck, so, das Niveau ist richtig hoch, auch die Passschärfe, so, das hilft mich schon, um, ja, weiterzukommen und auch, um mich weiterzuentwickeln, wenn du mit, ja, wenn ich sage, mit so großen Namen spielst, Lieke Martens, Daniela van der Donk, Jacqui Gruner, das hilft mich schon, ja. Bevor wir jetzt zum, zu meinen fiesen Fragen kommen, zu einer kurzen Schnellfragerunde, muss ich noch eine Frage stellen, sonst verstehen wir eine Frage später nicht. Ich habe gehört, du nimmst manchmal vor dem Spiel ein legales Dopingmittel. Weißt du, worauf ich hinaus will? Nein. Du isst immer, manchmal Brot mit so einem holländischen, Oha, das war. Ja, genau, spricht man das auch. Das musst du, glaube ich, mal erklären, was das genau ist. Ja, es ist so, wir essen einfach in den Niederlanden, so Brot, und dann machen wir Butter darauf, und dann so Hagelslag, das sind so Streusel, so, und das ist einfach Chocolade, oder so, aber es ist einfach geil und lecker, so, ja, um zu essen, und wenn wir auch in Trainingslagen waren, in den Niederlanden, mit Leverkusen, dann haben alle auch gefragt, was ist das, was ist das, weil keiner kennt das, aber alle, es hat alle so geschmeckt, so, ja. Okay, gut. Kann man das auch in Deutschland kaufen, oder fährst du dann extra in die Niederlande? Auch in Deutschland kaufen, ja. Okay, muss ich mal gucken. Wenn du sagst, es schmeckt, ich glaub's dir. Muss man ausprobieren, ja. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt unsere Quickfire Questions, das heißt, ich stelle dir jetzt fünf kurze Fragen, entweder oder Fragen, und du musst eine Antwort auswählen, und vielleicht noch eine kurze Erklärung geben, okay? Ja. Moment, wo hab ich sie denn? Also, meine erste Frage ist, Deutschland oder Niederlande? Niederlande. Okay, warum? Ich glaub, das Essen find ich besser in den Niederlanden, und, ja, weil ich da auch geboren bin, ich spiel vor den Niederlanden, sag ich die Niederlande. Dann, nächste Frage, lieber Distanzschuss oder Dribbling? Distanzschuss. Ja, ich hab jetzt zwei gemacht, guter Schuss, so, ja. Ist auch nicht so anstrengend. Nee, stimmt. Lieber deutscher Meister oder Weltmeister? Boah, schwer. Ich glaub, Weltmeister, ja. Okay, jetzt kommt noch eine schwerere Frage, entweder Andris Jonker, Trainer der Niederlande, für die, die es nicht wissen, oder Robert de Pau? Er wird es safe sehen, so, dann sag ich Robert de Pau, weil ich glaub, er schaut sich schon das an. Aber es sind beide in Ordnung, oder? Ja, beide. Okay, dann letzte Frage noch, Hagelslag oder Nutella? Hagelslag, ja. Okay, gut. Dann, danke für deine Zeit, jetzt noch eine letzte Frage, die du vielleicht für unsere jüngeren Zuschauer beantworten kannst. Es gibt bestimmt jetzt einige Mädchen und auch einige Jungs, die das Interview sich angucken und vielleicht selbst Profi werden wollen. Was kannst du denen mit auf den Weg geben? Welche Tipps? Ich glaube, so lange wie es geht, eigentlich als Mädchen bei den Jungs zu Fußball zu spielen, und einfach Spaß haben und eigentlich alles so rauszuholen. Wenn du die Chance kriegst, dann einfach nützen, denke ich. Aber es dreht immer um Spaß zu haben. Wenn du keinen Spaß hast, dann bringt es dich auch nicht weiter. so, ich glaube, Spaß haben und ja, viel arbeiten und auch an deinem Schwach, an deinem Stark und dann, dann auf einmal, dann kommt es auch. Es ist nicht, oh, du arbeitest immer und es kommt nicht. Dann auf einmal wirst du auch die Chance kriegen. Jill, vielen Dank. Wir wünschen dir viel Erfolg in dieser Saison mit Leverkusen. Wir hoffen, dass du bei der WM mit dabei bist. Wir hoffen natürlich auch, dass du jetzt im Länderspiel gegen Deutschland zumindest mal ein paar Minuten Einsatzzeit bekommst. Ich glaube, Andris Jonker wird es nicht bereuen. Ich hoffe es auch, ja. An die Zuschauer, danke fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bitte das Interview kommentieren, liken und den Kanal abonnieren. Bis bald.